hallo und herzlich willkommen zu trials fusion wir machen jetzt weiter mit der kaktus herausforderung also es geht glaube ich in die wüste leute und wir nutzen den tko panda nicht nur eins sondern vier angekündigte unglaublich stark schwer und einmalig natürlich klar immer herrlich und ab geht's die sonne wie die blende doch unten kann ich auch lang auf jeden fall kommen zieh 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 ja das haben wir nicht geschafft schaffst es darauf wieder runter drüber 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 sehr nice sehr nice komm 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 das schaffst du nicht ein stück zurück ein stück zurück ein stück zurück noch mal mit tempo komm komm geil geil richtig lässig ja toll danke weg mich ich habe erwartet dass es viel schlechter wird ich fand es eigentlich nicht so gut hey perfekt na gut was weißt halt perfekt sagen wir mal so und nochmal hin komm her damit das perfekt hier Sturmtruppen die Ruhe vor dem Sturm absolut wieder geschickt man halte Bronze ja aber daraus ist eigentlich immer einfach nur ins Ziel kommen fertig boah Sandstorm mäßig das kann heftig werden hier Geil, 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 geil. Boah, Sandstorm, heftig, der Shit. Ich hab's jetzt einfach mal versucht. Komm, komm, komm. Oh, geil. Boah, ich steh so auf das Game. Durchs Wasser. Nächsten Hummel nehmen. Locker bleiben. Drüber. Oh, das könnte gefährlich werden. Komm, komm, komm. Mit Vollspeed drüber. Ich schaff das, ich schaff das. Yes. Und jetzt nochmal. Geil, es läuft richtig gut gerade. Boah, Shit. Hier weht's ja alles weg. Komm, gib Tempo. Yes, Gold, Junge. Ha, ha, ha. Ah, fuck, wie geil. Nein. Ey, Gold, ist ja Hammer. Jagd bei Sonnenaufgang. Mittel, Schwierigkeit, genauso wie bisher die auch. Gleiches Teil. Ab geht's. Wieder Schreck absolieren für Bronze, wie immer. Sie nicht direkt in die Sonne. Hey, ich kann die Kamera nicht schreien. Boah, ey. Boah, ey. Das ist richtig heftiger Shit. Das ist absichtlich so richtig schön schwer. Na, fick dich dann. Komm. Was mache ich denn jetzt? Das ist eigentlich total easy. Ey, was mache ich hier? Mehr als Grosso wird das nimmer werden. Das ist eigentlich schon beim ersten Mal eigentlich locker klappen müssen. Müssen. Komm. Yes. Zieh durch. Zieh, 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 zieh. Nächster Chatpoint. Nächster Chatpoint. Nächster Jump. Boah, Shit, ey. Die Sonne blendet richtig. Silber. Für so oft verkackte Silber noch gut. Ey, was habe ich da zwischendurch mal gemacht bei... dem Looping. Also, nee. Komm. Base Invaders. Ah, geil. Okay, der Jump ist schön. Was? Nein, 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 nein. Der verkackte Scheißer war auch. Komm. Den kriegst du. Nein, verdammt. Ich wollte auch mehr an. Was? Hey. Wie? Du checkst nicht. Ich checkst immer noch nicht so ganz. Okay. Na, geil. Kann ja was werden. Läuft nicht so die Runde bisher. Oder ist es noch stark untertrieben? Mit aller Freundlichkeit gesagt. Okay. Boah, geil. Das war jetzt wirklich die Kammer. Komm, ins Ziel jetzt nur noch den Jump, den schaffst du. Geil. Was haben wir? Silber. Ne? Ist okay. Ist okay. Dafür, dass ich da so oft verkackt habe. Voll und ganz okay. 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 Rund um die Oase ist nur eine Fata Morgana, Fragezeichen. Äh, okay. Will ich mal. Ich will die Fata Morgana hier. Schöner Jump. Nein, 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 nein. Komm, das schaffst du. Nein. Nein. Ich weine gleich. Ich habe schon gedacht, da haut sich jetzt die Fresse da oben an. Das wäre der richtige Scheiß gewesen. Richtig diepe Shit. Komm, den schaffst du den Sprung. Ja, jetzt locker. Komm, sollst du raus, komm, dritt drauf, Mann. Jetzt hier wieder unten durch, nach oben. Das war schön gesprungen, das war richtig schön. Auch das war richtig gut. Ich hab's nicht gerechnet mit, ich wollte irgendwie so einen schönen Front-Looping machen. Äh, oder so, ach, nicht looping, Front-Jump mäßig. Rolle. Hey Gold, geil. Yes, 50 von nötigen 56 für die nächsten Wettbewerbs, hab ich schon mal. Übergeschrecken hab ich noch. Zwei Stück, ich brauch' ich bei beiden Gold, um zu schaffen. Na gut. Redlings-Amuklauf, lass mal ein oder zwei Tricks sehen. Du bist ja lustig. Ich bin jetzt gar kein Motorrad mehr gewohnt. Und, ich war da ja vorher so gut. Boah, ich... Nein. Das war mehr als ein Backflip, sorry, aber... Ich mach' ja kaum Punkte. Alles jedes Mal aufs Neue verkacke. Komm, 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 der muss ich gescheit landen. Ja, der ist richtig schön. Ich hab' ja auch viele Punkte. Ich brauche hier gezielte Punkte. Seit Bonn ist 14.8. Silber. Ey, mehr als ich erwartet hab', um ehrlich zu sein. Sind zwei weitere Medaillen. 54 von 56 haben wir. Na, na, jetzt passt. 2, 57 von 56. Mir fehlen noch vier. Echt jetzt? Bin ich so blind? Wahrscheinlich ja. Das Alter. Trickser, mach' eine Fassrolle. Und weiter betreut Tricks. Okay. Schön. Crash. Das wiederhole ich mal. Einfach. Was soll den hier machen? Going to hell. Ja, super. Das Teil unten ist einfach komplett verschwommen. Was ist jetzt kapiert? Okay, einmal Super Mario. Ah, okay. Einmal umdrehen und dann Anderok erreicht. Going up flip. Okay. Und dann den hier. Na, komm. Na, komm. Komm, komm. Aber hey, Silber. Hey, komm, ich versuch's nochmal. Und der schreit noch mehr, während er schon am Boden ist. Na, das ist leicht. Going to hell. Gibt's so, ne? Ja. Going to hell flip. Nein, 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 nein. Nein. Okay, ich schaff's nicht mehr als die so. Okay, zwei weitere Medaillen. Haben wir 54, 55, 56. Weiter geht's. Okay, ich brauch nochmal zwei Medaillen. Die muss ich mir jetzt irgendwo holen. Ja, aber zweimal eine Bronze ist am leichtesten eigentlich. Mal versuchen's einfach mal. Maximal vier Fehler, maximal 1,30 in der Stadt. In der Stadt. Ja, alles klar. Oh, das wird schon Klappe. Stimmt mich wirklich gut an. Vielleicht zum Anfang. Komm. Nice. Boah, ey. Das ist mich aufgeregt. Ich stärke mal hinten einfach nur steuert. Richtig nicht mehr feierlich. Das war so klar, aber was... Ich kann das schlecht durchdrehen. Ja, doch muss ich. Und leid. Na doch, genau so klappt's. Ja. Ich land langsam dazu. Und auch nicht. Kann auch unten entlang eigentlich. Ich denk so, oh, ich muss unbedingt oben lang. Und verkack's dann voll. So, 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 richtig voll. Komm, Silber. Was willst du mehr? Gold. Ja, es ist erreicht. Es ist okay. Eine weitere Medaille. So, eine brauchen wir noch. Und die holen wir hier. War kein einziger Showdown. Ich seh böses kommen. Egal, wir schaffen das. 14.000 Punkte brauche ich. Ab geht's. Muss mich einfach nur trauen, den Scheiß richtig gescheit durchzuziehen. Und dann früh genug wieder gegenletten. Da hätte ich auch länger machen können. Aber hey, es sind Punkte. Hätte ich auch viel länger machen können. Aber sie zählen, hey. Komm, sie zählen. Nein, sie zählen nicht. Was? Nein. Ich will die Punkte haben. Nein. 200. Nicht dein Ernst. Darf ich nicht zweimal das Gleiche machen? Hä? Was? Was hab ich das getan? 17.000. Neues Ereignis freigeschaltet. Der Regenwald rennen. Je, je, je. 56 von 56 nötigen stufe 5 level 22 noch nicht ganz aber ich weiß nicht mehr was die level genau bringen ja den ringwald haben wir jetzt freigeschaltet und wie der aussieht das sehen wir in der nächsten folge